um stand hatten immer uhr kiel wieder ein paar letzte der gerade jetzt kiel ich wieder welche mit der gerade ich bin Bob die er war da dritte raus es macht euch Foto im Wald Ulster keine Ahnung ich guck dass ich da vorkomme irgendwie oder ich sterbe er war mir am arsch es lebt noch ich lebe das das geht mit dann und weniger camper heute futter schulbeck hat neue grad und weiter geht auf dem dach sitzt einer markus direkt vor uns da auf dem dach oben schießt man drauf ja wo der panzergarten geschossen hat so ich hab den Wulfthaus getötet jetzt muss ich wieder leben auffällig pass auf der Hau hat ich habe es abgeballert auf Fakt aber ich hätte auch ich bin tot der Stadt direkt neben mir einfach und wie es keiner mehr hat wie es einfach keiner mehr hat und wurde dann auch von dem erschossen wird eine neue Idee wenn man auch da war ja hab ich ein paar Zeug ich habe mit 15 ok damit bin ich an der neuen Elbe ja ich habe 18 zufrieden ich bin Oberäucher ich bin der beste Alter ich bin F14 ja 14 von 18 von 17 ich bin ich letzter da da an der Mauer läuft einer direkt vor uns Markus oh mein Gott ja Mörderstein Mörderstein Mörderstein, du hast einfach kein Skill beim Fahren, lass mich fahren Jo du muss er sagen Alter da ist einer da kommen ganz viele der ist auch dauernd oh nein das Auersteller von Arsch der Welt Alter von der Fabrik ey ich leg den immer schön Granaten direkt unter ihre Fahrzeuge ja mach sie mal weg da die scheiß Dinger oh und ich bin dort er nimmt mal die 6 Punkte rein ey ja ok Markus, fahr mal rein und nimm mal den Punkt rein hier ich hab schon mal den Punkt rein genommen hier Fahrzeug ist da ja gut füll ich immer ab ist das nicht wert von mir äh der Engelsbeschießter den Punkt ganz hart abschickt ok Markus, der Versuch jetzt mal von hinten reinzukommen Achtung bei der Steine oh also ich hab noch gesagt bumm ne der Müll, na wir haben ein bisschen Leben verloren natürlich bei Mörderstein findest du immer leben der ist ausgestiegen aber Yolo wir wachen Mörderweg komm, komm, das könnt ihr doch nicht überlebt haben Alter die haben zwei überlebt die haben nicht überlebt ich bin grad mit dem Panzer äh mit dem Fahrzeug voller Geschwindigkeit gegen Fahrrad gefahren die überleben beide jetzt sind sie tot ja Futter stoppt natürlich ab ne natürlich jetzt zum Beispiel jetzt zum Beispiel jetzt Moment Moment ey ne ich drück auf immer eh auf 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 steigende fest weiter dann drückst du aufwild ja halt klar wenn ich auf eh drück auf Moment ja auf Futter drückt auch die ganze Zeit auf aufwild ja wenn du auf weiter wenn du fährst alter der drückte Autopäne aufwild also wir machen wieder den Yolo Weg oder rechts Yolo Weg komm schon da kommt was durch Yolo Weg Yolo Weg nicht ausgestiegen boah ich habe einen Überfahrten ich habe einen Überfahrten Dreh dich um kannst du wieder schießen seit ich extra umgedreht es ist mir egal das war aber ich gehe jetzt in die Fabrikhalle rein durch Capture ich habe hier dritte auch noch getötet die Fabrikhalle ist leer ja komm doch hier kommt rein kommt rein und capture wir können nicht rein das steht ein Fahrzeug von der Tür wir decken von Fahrzeug aus das ist doch die perfekte Deckung oh die Topsen geil hackt das Fahrzeug hackt das Fahrzeug nein ich haxe nicht dann bin ich auch geschossen ja ok ich haxe aber wenn ich dann tot bin deswegen ne dann hast du wirklich was finden soll das geopfert naja ich so was ich sind für ihre Verleidung bei dem Hustrad eben war übel geil die Fahrt mit dem Auto die hat uns gerade so was an den Arsch gerettet auch Futur Hasse gewollt hinaus wird das Fahrzeug gehabt wir haben W2 ja dann einsteigen Leute weg 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 ah Mist er kommt schon wieder die nächste gegenwerfen ich habe verwundet im B2 auch immer weg jaaaa mit der Tomsn ja ich hab ja auch zu hoch aber ich wurde von der M1 geraten gekillt jetzt haben sie es schon wieder zurückgekippt das kann doch nicht sein warte Futur Foto, du bist so ein Depp. Ey, Eliminimil, Alter, warte doch mal. Spass. Bremst Foto aus. Steig bei mir, ich hab keinen Schütz. Ja, das ist Simdus Geschütz, Alter. Ja, warte doch mal. Bremst Foto aus. So, und jetzt los geht's. Ja, jetzt kann ich Rappen zu 1 gleich melden hier. Markus, wir machen wieder YOLO, oder? Ja, Mann, Alter. YOLO-Misch. Da vorne fährt ein Fahrradfahrer und ganz viele Autos. Wo? Feuer, Feuer, direkt vor uns. Schießt, schießt, schießt. Und ich überfahre, ne, hier, ich hab ein Überfahrt. Nein, ich bin da leide, ich bin da leide. Aber ein Fahrzeug wert. I'm on the road. Hit the road, check. Why does he come back? Und ich hab von der Panzer, glaub ich, wer von dem Panzer verfolgt. Die haben, glaub ich, kein Panzer, oder? Ne, haben sie nicht. Wartefoto. Ich werde aber von der Mörser abgeschossen. Den überfahre ich nicht. No, weg hier. Und er hat mich erwischt. Was ist, ja. Das ist bitter. Okay, ich wollte ein Fahrzeug, ich hab er ja unendlich davon. Nein. Man, Foto ist halt so. Wärst du durch Uleweg gelaufen? Gefahren. Oh nein. Ja. Zwer, warte. Und man, habt ihr nicht unendlich Fahrzeuge? Nee, ich hab überhaupt kein Fahrzeug. Weil ihr es verkauft, oder so ist der Wackes jetzt? Jetzt soll einsteigen und ab hier die Fahrt nicht links rum, links rum. Ich fahr YOLO Weg, ich fahr YOLO Weg. Okay, das wird nichts, aussteigen. Ich fahr YOLO, nein. Ja, da stand ein Panzerweg. Und da steht ein Fahrzeug direkt vor der Tür. Das Problem bei der Fahrer ist, es kriegst du nicht kaputt. Das war das Fahrrad, ist sowas, und ich bin tot. Oh Mann. Ja, Sniper. Okay, ich will wieder Fahrzeug. Ja. Foto, nimm mal ein. Ich hab ihn nur verwundet, scheiße. Oh, jetzt bin ich arsch der Welt gespawnt. Ja, sorry, da hole ich dich nicht. Ja, schlür mal. Warte doch mal. Kommt da mein Auto hoch? Ja. Alter. Äh, wir verlieren den Zusatzpunkt. Äh, B1, Markus. Äh, lol. Ja, fahrt mir. Mein Fahrzeug kann nicht rückwärts fahren, irgendwie, keine Ahnung. Ich hab ihn, ich hab ihn. Gut, wir schaffen runter, YOLO-Bowt. Oh nein. Könnt ich mal warten? Da waren Mördersteine. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr hoch. Wir haben zu schlechten Rückwärtsgang, du musst herkommen, Futur. Herr Rückwärtsgang packt es nicht. Ist ja geil. Rechtsrum, rechtsrum. Ja, okay. Aber der rechte YOLO-Weg ist noch YOLO, weil das sind lauter Mördersteine. Ja, Markus Schieß. Ja, ich kann nicht mehr schießen. Weil, Sven. Ich bin tot. Ja, ich hab's gesehen, bis kurz rausgeflogen auf dem Fall. Ja, ihr habt doch gesagt, ich soll rechts fahren, also falsch rechts. Ich hab doch gesagt, es wird eh nichts. Och, Mann. Rechts dann funktioniert nicht, wir müssen die YOLO fahren. Ich hab' neues Fahrzeug. Ich fahr' johle. Ich hab' eher der zweite. Walter. Boah. Fuck. Wir kommen nicht vorwärts, also das Ding verlieren wir. Komm nicht vorwärts. Oh fuck, Panzer. What the fuck ist hier gar explodiert? Alter, der Panzer ist einfach so richtig durchgeraucht. Und ich hab' eingekillt. Ich auch. Oh, da ist noch einer. Wow, ich bin überfahren. Aber der hat auch die Verbündeten mit überfahren. Der hat auch die Verbündeten mit überfahren. Ja, ihr habt's gesehen. Ich hab' geheult. Glaub ich. Zumindest. Oh, da hat irgendwas explodiert. Ah fuck, Alter. Da steht ein Kübelwagen. Ich fahr' wieder YOLO. Nicht. Hab' ihn, hab' den Panzerwagen. Ich versuche ihn zu hacken. Da kommt schon wieder der nächste Wagen rein gebreddert und überfährt mich. Ey, das kann doch nicht sein, ich baller den rein. Jungs, ich hab' den Panzerwagen. Ich hab' Panzerwagen. Ja, dann mach' was. Gleich hab' ich ihn. Nein, ich hab' drei Leute geholt. Und jetzt würd' ich auch nicht. Ne, 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 ne. So. Ja, steck' einen Fall los. FUTUR, warte! Warte! Warte doch, Sven. Ja, dann sag' halt nicht FUTUR! Oh, Mann! Ja, einfach warten! Ich sag's zwar FUTUR, aber nie. Ja, sorry, ich bin zwei schon on the way und ich bin beschossen von snipern. Wie kann ich da zoomen? Wum kann ich nicht schießen? Whip Tide 98 getötet. Wum kann ich nicht schießen? Ich bin auch noch, Alter. Weil du scheiße bist. Kann keine Panzerwagen schießen, dann mach' ich. Ich sterb von der Granate, aber zumindest hab' ich ihn gerecht. Ich hab' mich gerecht. Hab' ihn zuerst weggeballert. Aber so, da kommt der Panzerwagen. Ja, wollt' ihr vielleicht auch mal Capture, wenn ich schon wieder die Halle leer geräumt hab'. Ja. 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 Ja.